Arrest Warrant, Aaron Fernandes. Hier kommt Roger Godot. Janet, das war schade. Colin Kaepernick, refusing to stand. OVN! OVN! Greatest comeback in Superbowl-History! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich. Und mit dir, Lennart. Hallo, hi. Schön mal wieder hier zu sein. Wir haben es am Montag in unserer Live-Sendung ja schon angekündigt, dass ich dich direkt verhafte, weil wir wollen in dieser Boulevard-Folge über zwei Tight Ends sprechen. Was vielleicht nicht jeder weiß, auch du warst ein sehr erfolgreicher Tight End, auch du hast eine aktive Football-Karriere hinter dir, hast jetzt nicht so richtig an der NFL geschnuppert, aber zumindest in deinen Träumen vielleicht als Tight End. Sag mal schnell, wie lange hast du als Tight End gespielt? Drei Jahre, glaube ich. Zwei, drei Jahre. Ich habe erst O-Line, dann Linebacker und dann Tight End gespielt. Ah, alles. Du bist ja mitgenommen. Ja, genau. Gut. Aber zuletzt als Tight End. Dann aus Verletzungsgründen. Aus Verletzungsgründen habe ich dann meine Karriere als Tight End beendet. Und die Footballerei ist ja auch zeitintensiv und so weiter. Da musst du dich halt entscheiden. Genau. Kurz vorm Combine. Also, wir reden heute über zwei Tight Ends, über die in der NFL viel gesprochen wird. Und vor allem zwei Tight Ends mit wirklich einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Die Rede ist von Darren Waller, dem Tight End der Las Vegas Raiders und Tim Tebow. Viele von euch haben ihn wahrscheinlich immer noch als Quarterback abgespeichert, aber Tim Tebow wird ja höchstwahrscheinlich als Tight End für die Jacksonville Jaguars sein NFL-Comeback feiern. Lass uns einmal mit Darren Waller anfangen. Ich fange einmal so grob an und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Seit 2019 ist er eigentlich in der NFL plötzlich wieder so wie Phönix aus der Asche herausgesprungen, war schon gescheitert, hatte schwere Drogenprobleme, war in der Entzugsklinik, ist dann ein Topstar bei den Raiders geworden. Eigentlich so die wichtigste Anspielstation mittlerweile für Quarterback Darren Carr. John Gruden nennt ihn sein Joker. Ist er in deinen Augen mittlerweile ein Top-5 Tight End in der Liga, Darren Waller? Ja, absolut. Also momentan ist er es. Er ist nie der Tight End, der der absolute Blocker sein wird, sondern er hat ja auch als Receiver angefangen seine Karriere. Jetzt ist er Tight End. Für mich ist er ein Top-5 Tight End. Also wahrscheinlich sind die ersten beiden immer Kittel und Kelsey. Dann hampelt er jetzt irgendwann Gesicki nochmal rum, Hawkinson vielleicht oder so. Und dann kommt aber ziemlich schnell auch schon Darren Waller. Vor allem unser Flo kann da aus bester Erfahrung sprechen, wer ihn im Fantasy hat. Der hat Flo, das weiß ich noch, aus der vergangenen Saison immer eine Menge Punkte beschert. Aber lasst uns einmal genauer auf sein Leben schauen. Ist geboren in Maryland, aber aufgewachsen in Colorado. Und Georgia hat noch eine Schwester, Diana. Wird jetzt bald 29. Also ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und war an Georgia Tech als, du hast es gesagt, Receiver. Also er hat tatsächlich, er wurde auch als Receiver damals von den Ravens gedraftet. Als einer der Tight End mal auch wirklich gespielt hat und im Football tief drin ist. Wie schwer ist diese Umstellung deiner Meinung nach? Also generell das Rutenlaufen und Fangen ist sicherlich genau das gleiche wie beim Receiver. Wahrscheinlich bis ein bisschen mehr in der Mitte des Feldes. Was ganz schwer ist oder was schwer zu lernen ist, ist glaube ich, oder sich zu aktivisieren, dieses Blocking-Scheme. Also du musst ja jegliches Schema der O-Line wissen. Du lernst ja im Prinzip fast zwei Positionen. Und ich glaube, Blocking ist so das Schwerste. Und das so auch von der Spielintelligenz her, da muss man ja genau wissen, was macht der andere. Das ist sicherlich Arbeit, die da investiert wurde für ihn. 2015 in der sechsten Runde an 204. Stelle wurde er von den Ravens ausgewählt. Darren Waller, wie gesagt, als Receiver kam aber in diesen Draft auch schon mit Character Issues. Also er galt schon damals und später wusste man dann warum, als nicht ganz einfacher Charakter. Seine Arbeitsmoral war jetzt wohl auch nicht so die Größte, kam als Letzter, ging als Erster. Und das hat er selbst gesagt. Ich habe so ein schönes Filmchen, du ja auch, bei YouTube gesehen. Aber wir haben, glaube ich, unterschiedliche Sachen gesagt. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, Football zu spielen irgendwann mehr. Und der Druck, dann in der NFL zu spielen, der war irgendwie zu hoch für ihn. Ja, genau. Also vielleicht geht man da mal ein bisschen zurück. Er hatte eine sehr, sehr behütete Kindheit, ist mit beiden Elternteilen, Schwester, super aufgewachsen. Als er dann so ein bisschen oder als dann die High School kam und sein Junior Year und dann das College, hat er schon Drogen genommen. Und er hat dann angefangen. Er sagt selber mittlerweile, er hat angefangen, Drogen zu nehmen. Er hatte vorrangig irgendwie auch immer nur weiße Freunde und war immer bei den ganzen schwarzen Freunden. Die hatte zu weiß, so hat er das gesagt im Interview. Und hat dann angefangen, um sich dazu zu fühlen, dann auch die Drogen mitzunehmen. Hat angefangen mit Gras und so weiter und dann mit Pillen. Und ja, hat eigentlich nur noch unter Pillen auch gespielt. Also er war im College, dann Georgia Tech, haben sich alle super gefeiert, hat ein Scholarship. Und er hat gesagt, von sieben Tagen die Woche war er sechs unterwegs. Richtig Party machen und hat alles. Also du hast ja auch gesehen, er hat wirklich gesagt, ganz ehrlich im Interview, er hat alles genommen, was man ihm vor die Nase gehalten hat. Ja, ich habe gelesen von Opiaten, Xanax, Kokain. Also da war wirklich alles dabei. Oxy, Weed. Mit unterschiedlichen Wirkungen wahrscheinlich auch. Genau. Einfach nur betäubend. Ja, er hat alles genommen. Er hat alles geraucht, alles durch die Nase gezogen, alles in den Mund gesteckt, was man ihm gegeben hat. Und ja, das hat sich dann auf sein Spiel tatsächlich erst nicht aufgewirkt. Er galt auch als riesiges Talent ja im Draft. Also John Harbour, der Ravens-Coach, sagt, eigentlich wäre er für ihn der Top-4-Receiver aus dem Draft gewesen, so für ihn persönlich. Aber dann kamen halt die Character-Issues dazu. Und wie du schon sagst, der Work-Ethic. Und er hat ja auch gesagt, ja, er hat halt gut gespielt, aber so das andere war geiler. Also er fand es... So ein bisschen Parallele zu Josh Gordon. Ja, genau. Der ja auch von sich aus gesagt hat, er hätte eigentlich noch nie ab einem gewissen Alter nüchtern Football gespielt. Mit dem Unterschied, dass Josh Gordon es immer mal wieder versucht hat, in die NFL zu kommen, eigentlich aber immer wieder gescheitert ist. Und jetzt seit einem bestimmten Jahr oder seit zwei Jahren redet keiner mehr von ihm. Zuletzt war er bei den Seahawks. So richtig in die Abwärtsspirale ist er gekommen. Ende Oktober 2015, kurz nachdem er gedraftet wurde, hat er sich verletzt. Auch eine Season-Ending-Injury. Und dann ist auch noch rausgeführt. Also da hat er dann noch verstärkter Drogen genommen. Kein Spaß am Football. Verletzt. Wenig zu tun. Die falschen Freunde. Also es ist wahrscheinlich eins zum anderen gekommen. Dann gab es einen positiven Drogentest am 1.7.2016. Also seine zweite Saison wurde für die ersten vier Spiele gesperrt. Kam dann zurück. Wurde unterdessen auch umgeschult. Also der Druck war dann wahrscheinlich noch größer von Wide Receiver auf Tident. Und dann gab es am 30.6.2017 einen weiteren Drogentest, der wieder positiv war. Und dann wurde er für die gesamte Saison 2017 suspendiert. Hat auch, das ist auf seiner Homepage zu lesen, versucht sich das Leben zu nehmen. Mit einer Überdosis Tabletten kam in die Entzugsklinik und kam dann erst peu a peu wieder zurück ins richtige Leben. Aber dieser Versuch, sich das Leben zu nehmen, beschreibt er ja selber so ein Turning Point. Genau. Also er hat tatsächlich im College schon sich gewundert, warum er nur so wenig positive Drogentests hatte. Da hat man das tatsächlich wohl alles. Also er hat ja auch wirklich die krasse Geschichte erzählt. Er hatte dann in seinem Tiefschutz tatsächlich so eine kleine Flasche drin, die mit anderer Leute Urin gefüllt war. Wo es dann so aussah, als würde er selber in diesen kleinen Cup pinkeln. Schon kriminelle Energie. Ja, also schon so, dass man es halt nicht rausfindet. Und er hat dann ja auch gesagt in der NFL, er wollte ja sich selber nicht eingestehen, dass er gefailt ist, sodass er es nicht schafft. Sondern dann hat er gesagt, dann hat er lieber diesen Ausweg genommen. Also er hat dann ja bewusst auch die positiven Drogentests gehabt und wurde dann ja wirklich auch ohne Bezahlung das Jahr gesperrt. Und er beschreibt das ganz gut, er stand, als die Ravens ein Preseason-Spiel hatten, stand er auf dem Parkplatz mit seinem Auto. Und das war ja dieser Tablettenunfall oder dieser Suizidversuch mit den Tabletten. Und war ja wirklich bewusstlos in seinem Auto. Und da hat er gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Und ja, er beschreibt auch ganz, das ist sehr eindrucksvoll. Müssen wir alle gucken, das ist ein Interview mit Steve Smith, der auch sein Teamkollege war. Aber er hat tatsächlich auch gesagt, er hat gar nicht eingesehen erst, warum er sich helfen oder er hätte gar keine andere Hilfe annehmen können von irgendwem. Weil er sich selber gar nicht, er war gar nicht ready oder er war gar nicht bereit, sich selber zu helfen. Also das war eine sehr, sehr krasse oder sich einzugestehen, dass er Hilfe braucht. Eine sehr, sehr krasse Aussage und also Wahnsinn, wie, was für eine Abwehrspirale der hatte und wie das gelaufen ist. Das war echt, also da muss man echt sagen, der Glück gehabt, dass er heute noch am Feld steht. Ja, und er hatte auch Glück, dass es weiter Menschen gab, die an ihn geglaubt haben. Also er hat was geändert, hat wahrscheinlich auch seine Arbeitsmoral dann ein bisschen verbessert. Und die Ravens haben ihn wieder aufgenommen zur Saison 2018. Er war dann aber nur noch Practice-Squad-Spieler, aber sie haben ihn nicht fallen lassen. Und John Gruden, Headcoach der Raiders, hat in ihm etwas gesehen, hat ihn zu den Raiders geholt. Und ab der Saison 2019 ist Darren Waller dann tatsächlich durch die Decke gegangen. Absoluter Durchbruch, 90 Pässe gefangen für 1.145 Yards und drei Touchdowns 2019 für den Pro Bowl nominiert. Hat einen neuen Vertrag bekommen, einen neuen Dreijahresvertrag. Der läuft noch bis 2023, über rund 30 Millionen Dollar, zehn davon garantiert. Und auch letztes Jahr hat er die Zahlen nochmal gesteigert mit 107 Bällen, die er gefangen hat und neun Touchdowns. Also eine absolute krasse Geschichte. Ja, er ist dann ja in eine Entzugsklinik gegangen und hat sich da tatsächlich von unten nach oben gearbeitet, hat er ja auch gesagt. Ist wirklich sich erstmal bewusst geworden, was er überhaupt machen wollte. Und dann trainiert wie ein Bekloppter und hat dann ja zwischendurch kurzzeitig gesagt, er braucht einen normalen Job. Hat ja auch im Grocery-Store, also im Supermarkt gearbeitet. Gesagt, das war ehrliche Arbeit. Das hat ihm gefallen, wieder Verantwortung auch zu haben. Er war da für die Gemüseabteilung zuständig. Und genau, dann war es irgendwann, als er am Raven-Practice-Squad war, dass die gegen die Raiders gespielt haben. Und John Gruden hat ihn beim Warmmachen gesehen, wie er da rupengelaufen ist. Die Practice-Squad-Spieler haben ja dann mitgemacht und dann hat er gesagt, warum ist der nicht bei mir am Team? Und hat ihn dann ja geholt und ja, the rest is history, wie man so schön sagt. Und der Wahnsinn ist, dass er letztes Jahr auch, also um auch das Vertrauen zu gerechtfertigen, der stand letztes Jahr und davor das Jahr bei 93 Prozent aller Snaps auf dem Feld. Also die Anzahl, die der spielt, ist auch der absolute Wahnsinn. Und ist wirklich Wahnsinn, wie er seine Karriere rumgekriegt hat. Und geht jetzt natürlich auch mit riesigen Vorschusslobe wieder in die Saison bei den Raiders. Die Raiders und vor allem John Gruden haben ja auch so ein Fable irgendwie für gescheiterte Spieler. Antonio Brown kann man dann nennen, tauchte bei den Raiders auf nicht lange. Richie Incognito läuft da rum. Also wenn einer solche Jungs auf Spur bekommt, dann wahrscheinlich John Gruden. Der Roller hat unterdessen auch eine Foundation gegründet, wie so viele NFL-Spieler, die sich als Ziel proklamiert hat, Kids vor Drogenmissbrauch zu schützen. Also irre, dass jemand, der so am Boden lag und eigentlich in der NFL längst gescheitert war, an sich selbst, jetzt auch ab der kommenden Saison wieder der Star bei den Raiders ist. Und vielleicht habt ihr es mal gesehen bei uns in der Instagram-Story. Unser Flo war gerade zu Besuch in diesem neuen Raumschiff-Stadion und hat da auch ein paar Bilder gedreht, das haben wir in der Instagram-Story hochgeladen, war im Fanshop und einer, der da halt prominent irgendwie gefeatured wird, in Form einer Modepuppe, die sich irgendwie bewegt, war das Trikot von Darren Waller. Also es ist jetzt das Aushängeschild der Raiders. Ja, absolut. Und das beschreibt ja einigermaßen auch seine Dedication oder seine Ziele auch oder wie er sich sozusagen komplett einmal rumgedreht hat um 180 Grad, dann dass die Raiders auch weiterhin mit ihm festhalten. Das ist ja so ein bisschen auch der, jetzt plakativ gesagt, der American Way of Life. Du warst ganz am Boden wirklich und arbeitest dich aus eigener Kraft nach oben und bist jetzt der Topstar. Damit wirkt man natürlich auch, ist natürlich medial auch eine super Story, die man mit ihm verkaufen kann. Aber ich glaube, er hat sich das verdient. Er war Hard Knocks, war ja vor zwei Jahren bei den Raiders, glaube ich. Da hat er gesagt, dass er zwei Jahre clean ist. Genau, da kam es eigentlich erst so richtig an die Öffentlichkeit. Genau. Da ist er selbst proaktiv mit umgegangen. Jetzt ist er vier Jahre, müsste es dann ja sein, fast clean, denke ich mal. Und, also ja, gehe ich jetzt mal von aus. Den werden sie schon öfter testen wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Und das ist tatsächlich wirklich eine unglaubliche Story. Und man kann ihm nur hoffen oder man kann ihm nur wünschen, dass es jetzt so weitergeht, dass er von schweren Verletzungen nochmal verschont bleibt und nochmal drei, vier Jahre auf dem Niveau spielen kann, um wirklich seinen Status nochmal zu zementieren und zu sagen, dass das früher halt ein Ausrutscher war und der jetzt wirklich geläutert ist und woanders ist. Ein jahrelanger Ausrutscher. Aber damit nicht genug. Also Darren Waller macht nicht nur diese ehemalige Drogenvergangenheit irgendwie besonders, sondern er hat auch innerhalb seiner Familie eine große Musikwurzeln. Also wir kommen gleich noch drauf, dass er selbst rappt und das auch veröffentlicht. Aber sein Uropa war der Jazzpianist Thomas Waller, genannt Fetz Waller. Das war jetzt weit vor unserer Zeit. Ich muss gestehen, Fetz Waller sagte mir jetzt auch nicht so viel. Ich hatte jetzt nicht viel von ihm im Kopf. Aber so wie du wirst du dir wahrscheinlich auch den Wikipedia-Eintrag oder ein paar andere Texte von Fetz Waller angeguckt haben. Das war halt ein Gigant, so wurde er formuliert. Das Jazz der 1930er und der frühen 1940er Jahre war auch irgendwie ein Begleiter, ein sehr aktiver Begleiter des Jazz hin zu swingen. Also war schon irgendwie eine große Nummer. In Harlem geboren, nur von 1904 bis 1943 gelebt. Also nur 39 geworden. Und er ist auf einer Zugfahrt, also schön, dass ich lache, aber es ist auch so komisch irgendwie, auf einer Zugfahrt durch einen Schneesturm von Kansas City nach New York an einer Lungenentzündung gestorben. Und ist jetzt in der Grammy Hall of Fame auch verrückt, oder? Völliger Wahnsinn. Also guckt euch alle mal Videos oder Texte oder hört euch Musik von dem an. Geile Stimme. Und Jazz ist ja tatsächlich, oder gerade so, was er gemacht hat, ist ja so eine Jazz-Swing-Mischung. Es ist irgendwie coole Musik. Also man kann sich das tatsächlich mal so anhören oder so. Zum Lernen oder mal zum Frühstück oder so zum Brunch oder so. Das ist schon echt Wahnsinn. Und das ist interessant, was manchmal so NFL-Spieler oder generell Persönlichkeiten dann für Vorfahren schon haben. Also das, sagt man so, der Erfolg oder das im Rampenlichtstehen wurde ihm scheinbar in die Wiege gelegt. Vor allem sagt er auch, als es ihm so besonders schlecht ging und er am Boden lag, hat er dann auch nochmal die Musik irgendwie für sich neu entdeckt. Wahrscheinlich hat er sich auch nochmal ein bisschen für seine Ahnengeschichte und so interessiert. Und hat dann angefangen, selbst Musik zu machen. Nicht Jazz, sondern Rap. Ich habe mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen was reingehört. TheWallMusic.com ist seine Homepage. Müsst ihr euch mal anschauen. Das ist hochprofessionell. Und da gibt es auf YouTube Between the Lines einen Titel, über 300.000 Aufrufe. Profits, fast 200.000 Aufrufe aktuell. Sun in My Eyes kam jetzt im Februar 2021 raus. Also es heißt, er wird auch parallel zur letzten NFL-Saison an seinen Liedern gebastelt haben. Der meint das schon ernst. Ja, absolut. Ich meine, du bist ja wirklich der größte Rap-Fan von uns hier in der Footballerei. Das ist ja, oder selber als Rapper, ihr seid quasi Kollegen. Das ist für einen einfach so. Ja, stimmt, wir sind schon Kollegen. Gerade, ich meine, damals war es Oakland oder die Raiders haben ja auch noch sehr viel Wurzeln nach Oakland oder Las Vegas. Gerade Oakland ist natürlich auch prädestiniert für sowas. Rap-Musik jetzt als ehemaliger Drogenabuser und so, das ist natürlich, das spielt natürlich auf vielen Indikaten da und damit kann man natürlich, da wird er wahrscheinlich auch seine meisten Verkäufer haben. Das ist natürlich, ja, also meine Musik ist es tatsächlich nicht. Ich muss sagen, generell NFL-Spieler, die dann anfangen zu rappen. Ah, ist auf jeden Fall deutlich besser als Livian Bell. Ich wollte gerade sagen, es ist auf einem Niveau damit. Ich finde es ganz furchtbar, wenn die da anfangen. Aber Hut ab, also ich meine, klar, das nötige Kleingeld hilft, dass man das auch professionell aufziehen kann. Und das sieht hochprofessionell aus. Also die Videoclips sind hochprofessionell. So als hätte Flo die gedreht. Genau, hat er, glaube ich, auch, oder? Flo war ja gerade in Vegas, das weiß kaum einer. Der hat die Platte produziert und von ihm die Videos gedreht. Aber das beruhigt mich, dass das auch nicht so deine Musik ist. Also ich bin ja alles andere als ein Rap-Fan, wie ihr wisst. Aber ich musste jeweils noch 30 Sekunden ausmachen. Aber vielleicht wusste es jemand von euch noch nicht und entdeckt ihn jetzt. Die Wall auf Spotify zum Beispiel mal eingeben. Dann werdet ihr fündig werden. Das ist tatsächlich der NFL-Spieler. Er macht auch einen Podcast, Comeback-Stories. Natürlich, Comeback-Stories. Also einen Podcast macht er auch noch. Also wirklich eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, Darren Waller. Ja, absolut. Man kann dann nur den Hut vorziehen. Man hat echt in dieser Story auch immer ein bisschen Mitleid mit seinen Eltern. Die werden ja auch immer interviewt, oft. Also das Krasse ist, dass sein Vater gesagt hat, am College wusste er schon, dass sein Sohn Drogen nimmt. Also Darren Waller sagt selber, er hat seinen Eltern gesagt, dass er Weed ab und zu nimmt und hier mal und da mal vielleicht eine Leine oder so. Die wussten aber nicht, was das für Außenmaße hat. Und Vater hat gesagt, nur am College machen halt alle Party. Und er hat da seine Leistung gebracht. Und seine Eltern haben auch erst gesehen, viel zu spät gesehen, in was für ein Loch er war. Und sind jetzt auch happy, wie er sich da rausgearbeitet hat. Und das ist, wirklich kann man nur den Hut vorziehen. Und wir hoffen, ich hoffe, dass es noch eine gute Karriere für ihn oder dass die Karriere so gut weitergeht. Bis auf Musik, bis auf sein ehemaliges Drogenproblem, erhält er sich aber sonst mit privaten Dingen zurück. So aus Boulevardsicht fast ein bisschen enttäuschend. Es ist nichts bekannt, ob er eine Freundin hat, ist nicht verheiratet. Und also so sein Liebesleben hält er zumindest aus der Öffentlichkeit raus. Er hat nicht, so wie unser Kompanion, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, zum Beispiel eine Miss Universe geheiratet oder sowas. Weil das wird ja eigentlich auch noch passen. Ja, das stimmt. Und jetzt ist er zusammen mit irgendeinem Hollywood-Sternchen oder so. Ja. Gut, wir haben gar nicht angeprostet. Auf Darren Waller. Man muss auch was trinken. Auf Darren Waller. Auf Darren Waller. Und Dank an König Pilsner. Tim Thiebaud. Ich glaube, Tim Thiebaud wird jeder schon mal gehört haben. Diesen Namen, der sich ein bisschen mit der NFL beschäftigt. Eigentlich ja Timothy Richard. Und ich finde, wenn man dann, man hat ja viel miterlebt mit Tim Thiebaud. Man hat ja auch viel aufgeschnappt. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, irgendwie nochmal so ein paar Minuten, ein paar Stündchen sich mit dem Leben von Tim Thiebaud beschäftigt, das ist irgendwie auch kurios, oder? Also ja, wenn man sich mit Tim Thiebauds Leben beschäftigt und nochmal genauer, kann man, also ich habe nur Respekt vor ihm. Also der Typ war überall, auch von Fielers vielleicht nicht so ein über- und Gewinner-Typ einfach. Der hat in seinem Leben so viele Widrigkeiten gehabt, hat sie alle bestanden, hat immer das gemacht, woran er geglaubt hat. Glauben kommen wir gleich ja noch zu, ist auch sehr wichtig für ihn. Aber ja, er steht jetzt mit 34 wieder in der NFL. Das ist völliger Wahnsinn. Das darf man einfach nicht vergessen. Obwohl er auch schon wie Darren Waller als gescheitert galt. Ja, absolut. Es ist Wahnsinn. Du hast gesagt, vor wenigen Tagen 34 geworden, also jetzt auch nicht mehr der Jüngste für ein NFL-Comeback. Geboren auf den Philippinen, als Jüngstes von fünf Geschwistern, Eltern, christliche Missionare, die ihre Kinder auch zu Hause beschult haben. Also das, was wir jetzt durch Corona erst kennengelernt haben, Homeschooling, das haben die Thibos einfach schon aus Überzeugung immer praktiziert. Und Tim Thibos hat da sehr viel mitgenommen. Und es ist sehr, sehr gläubig. Du hast es gesagt, Glaube, Jesus spielt für ihn die absolute Hauptrolle in seinem Leben. Der Glaube ist so krass, das klingt ja auch nur der Grund, warum er überhaupt geboren wurde. Also seine Mutter ist ja vor, als sie schwanger war, oder ist in einen Koma gefallen. Da hat man gemerkt, dass sie schwanger ist. Und eigentlich haben ja alle Ärzte zur Abtreibung geraten. Das war auf den Philippinen Ahr illegal. Und auch mit dem Glauben der Eltern, die ja auch sehr gläubig waren, überhaupt, also Baptist Missionaries waren das ja, dass das war überhaupt nicht vereinbar. Und so ist Tim Thibos dann doch geboren worden. Und ich glaube, klar wurde eben der Glauben auch schon in die Wiege gelegt. Aber wenn man sowas hört, dann kann ich mir vorstellen, dass man auch wirklich sehr gläubig wird. Weil man muss ja irgendwie glauben, so viel Glauben hier. Man muss ja irgendwie glauben, dass man durch den Glauben wirklich nur auf der Welt ist. Durch den Glauben meiner Eltern sozusagen. Und das war, ist schon von Geburt an eine sehr interessante Story. Mit drei ist er zusammen mit seinen Eltern dann von den Philippinen in die USA gezogen. Übrigens nach Jacksonville. Er hat dann irgendwann angefangen, mit Football zu beginnen. Übrigens als Tight End. Also ich finde, das ist so kurios, oder? Also es schließt sich der Kreis irgendwie. War dann am College, hat irgendwann umgeschult auf Quarterback und war einfach ein absoluter College-Superstar. Hat von 2006 bis 2010 bei den Gators gespielt, zweimal das National Championship Game gewonnen, den Sugar Bowl gewonnen, Heisman Trophy gewonnen 2007. Als erster Sophomore damals. Ja, ganz genau. Also auch noch sehr früh und war so ein absoluter Dual Threat. Also Linkshänder, das wird dir jetzt ja wieder gefallen. Wir haben ja Montag über Tour länger gesprochen. Und auch noch mit den Füßen wahnsinnig stark. Nicht nur werfen, sondern auch laufen können. Er war schon immer auch eine Maschine vom Aussehen her, muskulös und hat an der Highschool ja mal in seinem Junior-Year sich das Bein verletzt und ist dann trotzdem noch 29 Jahre zu einem Touchdown gelaufen. Am Ende kam raus, dass er sich die Wade gebrochen hat oder eine angeknackste Wade hatte. Und ja, auf dem College war er absoluter Wahnsinn. Also bei den Gators, die Offense war natürlich dann auch wie gemacht für ihn unter Urban Meyer. Sein jetziger Coach. Urban Meyer, genau. schließt sich noch ein Kreis. Und wirklich, er war also auf dem College ein Hammer. Ich glaube, was legendärer ist, er hätte fast zweimal die Highsman gewonnen. Das muss man auch sagen. Wäre der zweite Spieler gewesen. Und ich glaube, was absolut legendär auch ist, was jeder sich auch mal angucken sollte, ist die Halbzeitansprache von Tim Thiebaud in einem College-Spiel, wo er gesagt hat, wir haben jetzt noch 30 Minuten für den Rest unseres Lebens. Und das war wirklich, also wer da keine Gänsehaut kriegt, weiß ich nicht, der hat echt Probleme mit Gänsehaut kriegen, würde ich mal sagen, weil das ist der absolute Wahnsinn. Also eine Motivationsmaschine, eine Maschine durch die Luft ja auch am College, am Boden. Wahnsinn. Also seine Stats. Er hat ja, glaube ich, auch mit sechs College-Rekorden aus dem College dann gekommen. Und kann man nicht anders sagen. Er war einer der polarisierendsten Spieler auf dem College. Trotzdem, und das finde ich dann immer wieder überraschend, ist er relativ weit gefallen dann im Draft, weil viele ihm die NFL-Tauglichkeit abgesprochen haben. ist dann erst an 25. Stelle 2010 von Denver gepickt worden, übrigens mit Josh Daniels. Josh McDaniels damals als Head Coach, den wir, den die meisten von euch wahrscheinlich nur als Offensive-Coordinator der Patriots kennen. Und die Broncos haben richtig was für den auf den Tisch gelegt. Das war ein Deal, die sind hochgetradet, war ein teurer Deal mit den Ravens. Also die haben da auch richtig was investiert. Ein Second, ein Third- und ein Fourth-Round-Pick. Ja, also Denver war ein spannender Spot zu dem Zeitpunkt. Eigentlich, jetzt kommen wir wieder auf Jacksonville, da schließt sich hier der Kreis bei deinem. Eigentlich hat der Owner damals sogar von Jacksonville und gesagt, der würde uns die Stadien füllen. Also damals brauchte Jacksonville unbedingt auch ein Marketing-Aushängeschild und mit Team Tibor aus Florida, den hätte man gerne da gesehen. Und er wurde, viele haben ihm ja auch, wie du gesagt hast, durch seine Accuracy-Probleme so ein bisschen die NFL-Tauglichkeit abgeschrieben. Auch, dass er eigentlich mit dem körperlichen Spiel, was er hatte in der NFL, keine zwei Jahre durchhalten kann. Ja, dann doch erste Runde zu Denver. Das war dann aber sicherlich auch eine Überraschung. Also ich glaube, als er dann fiel, hat keiner mehr gerechnet, dass er in der ersten Runde geht. Und ja, er war dann tatsächlich, wie heute auch, sein Trikot durch die Polarisation, war das meistverkaufteste Jersey irgendwann 2010. Ja, genau. Schießt sich wieder der Kreis. Also damals, vor elf Jahren, was natürlich auch viel irgendwie am Glauben liegt. Dass er so als, weiß ich nicht, als Vorzeigekrist, als öffentlicher Vorzeigekrist oder so galt. Und jetzt wird sein Trikot auch wieder wahnsinnig oft verkauft. In Woche sechs, in der Saison 2011, ist er dann aber auch erst da den Quarterback geworden. Also er hat eine Weile gebraucht. Ja. Hat Kyle Orton damals verdrängt, was in meinen Augen jetzt, also das hätte eigentlich echt schon früher passieren müssen. War vor allem dann in den vierten Quarters überragend. Hat Denver in die Playoffs geführt. Mit Tim Thibault haben die Broncos die Division gewonnen, die AFC West. Und das erste Playoff-Game seit 2005. Dann haben sie noch die Steelers in Overtime geschlagen, auch mit einem überragenden Tim Thibault. Ja. Und sind erst an den Patriots dann gescheitert. Allerdings recht zang und klanglos. Im ersten Spiel, also im ersten Spiel haben sie ja die die Steelers dann rausgehauen durch diesen 80-Jahr-Touchdown auf dem Marius Thomas. Also Wahnsinn. In der Overtime. In der Overtime, genau. Erste Play Overtime, einzige Play. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge dann. Also er hatte in sich die größten Stats und er war jetzt auch nicht der Beste da, aber er hat die Mannschaft halt einfach geführt. Und ich meine AFC West-Title, klar, 8 und 8, das ist jetzt nicht der beste Rekord, aber Playoff-Spiel gewonnen. Das muss man ja auch sagen. Ja, er hat damals, als er seinen Rookie-Vertrag unterschrieben hat, 8,7 Millionen Dollar garantiert bekommen. Das war eigentlich aber auch der letzte Zahltag. Der einzige und der erste und einzige Zahltag in der NFL, weil er ist dann trotz Playoff-Einzug und Sieg gegen die Steelers in den Playoffs aus Denver geflüchtet, weil die Broncos Peyton Manning geholt haben. Ja, es war so ein bisschen das, also Josh McDaniels wurde auch gefeuert, das muss man auch dazu sagen. Und das war so ein bisschen das Ende von seiner Broncos-Karriere. Josh McDaniels hat ein Offensivsystem auf ihn tatsächlich auch zugeschnitten gehabt und dann, klar, wenn Peyton Manning am Markt ist, John Elway hat eine geholt und dann wurde er zu den Jets getradet und da ist er leider nie über den Practice Squad auch leider hinausgekommen unter Rex Ryan. Er konnte sich gegen Mark Sanchez nicht durchsetzen, das heißt ja auch schon was. Ja, genau, das ist, dann hat er es ja noch zweimal versucht bei den Patriots. Und bei deinen Eagles. Ich glaube, bei den Jets war er aber tatsächlich schon im aktiven Roster, aber nur noch Quarterback 3. Ach so. Und dann Gunner im Special Team war er auch noch. Der war bei den Jets. Ja genau, Gunner im Special Team war er, das war das genau. Und dann durfte er nochmal bei den Patriots vorspielen, nämlich wieder bei Josh McDaniels und bei den Eagles aber da wurde er dann kurz vor der Saison jeweils gecuttet. Genau. War gescheitert. Ja. Also ein absoluter, ich finde das bemerkenswert, ein absoluter Superstar am College. Wird relativ spät gepickt, performt, wird dann aber von Peyton Manning verdrängt und kriegt dann keinen Fuß mehr auf die Erde in der NFL. Ich kann mir vorstellen, dass es damals halt so war, das was man heute hat, was ein Quarterback ja heute braucht, ist die Mobilität eigentlich, um erfolgreich zu werden und dass es damals noch nicht so viele offensive Systeme gab, die darauf zugeschnitten waren. Josh McDaniels hat das gemacht, Drex Ryan eher weniger. In New England hatte man mit Tom Brady glaube ich so die Statue als Quarterback und bei den Eagles unter Chip Kelly tatsächlich hatte ich gedacht, der schafft es vielleicht nochmal, aber Sam Bradford war ja da der Starter. Deswegen, ich glaube, hätte man nochmal einen Coach gehabt, der sich ihm angenommen hätte und ein System, eine Offense um ihn kreiert hätte, hätte er glaube ich auch nochmal eine Chance in der NFL bekommen können, aber es ist ja leider nie passiert dann. Es sei denn jetzt. Stattdessen ist Tim Thiebaud dann Sportler, Profisportler geblieben, aber hat dann voll auf Baseball gesetzt. Auch das kam damals überraschend. Er hat zwar auch Baseball und so am College gespielt, war jetzt aber nie irgendwie so der große Überflieger, hat sich dann den New York Mets angeschlossen, hat aber ausschließlich in Farmteams und in Minory Leagues gespielt. Ja, aber das muss man ja auch wieder sagen, er hat wieder was gemacht und hat wieder überzeugt. Also seine Stats waren ja die größten, aber er hat als jemand, der nie professionell im Baseball gespielt hat, sich den New York Mets angeschlossen und hat sich in jedem Jahr eine Farmliga nach oben, also da gibt es irgendwie A, Double A und dann die D-League, das ist so die direkt unter den Profis und hat sich immer weiter nach oben gespielt und hat tatsächlich okay Stats gehabt und hat wirklich professionell Baseball gespielt. Das muss man ja auch erstmal behaupten können, als ehemaliger Quarterback. Er hat den Wechsel also einfach geschafft und das war, ist ja auch einfach ein Gewinn irgendwie. Er hat ja allen Wirklichkeiten getrotzt und gezeigt, ich kann auch Baseball spielen, wenn ich das möchte. Hat dann 2021 seine Baseballkarriere beendet und ist jetzt zurück in der NFL. Urban Meyer in Jacksonville, wir haben gelernt, wo er mit drei dann von den Philippinen wieder hingezogen ist, als Tide End. Viele, also ich muss gestehen, als ich das gelesen habe, musste ich auch innerlich grinsen und konnte es eigentlich nicht glauben, aber viele gehen davon aus, dass er auch tatsächlich mit Jacksonville in die Saison geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Ganze auf sich genommen hätte, wenn er den Platz nicht sicher hätte im Kader. Er muss dafür arbeiten und er muss die Umschulung als Tide End sicherlich auch gut machen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass er ein normaler Tide End wird. Ich glaube, er wird eine Gadget-Rolle bekommen, eine Taysom Hill-Like-Rolle in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass er viele Rushes kriegen wird irgendwo in der Goal-Line, dass er auch mal einen Pass werfen wird, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es diese Plays gibt. Und was ich an Urban Meyer gerade schätze, ist, versuch mal was herauszufinden über seine Preseason oder über das Training Camp, über Tim Thibault. Tim Thibault hat entweder sich selbst auferlegt oder vom Team bekommen, auch Interviewverbot. Also es gibt keine Interviews von ihm gerade. Er gibt keine Interviews im Training Camp und das ist, man weiß nichts gerade. Deswegen ist das so mysteriös, dass ich nicht mehr glaube, dass es nur ein Marketing-Gag ist, sondern der wird spielen. Es ist auf jeden Fall, hat einen großen Marketing-Sog. Auf jeden Fall, ja. Also tut den Jaguars ja irgendwie auch gut. Wir haben es angesprochen, wahnsinnig viele Trikots werden verkauft. Jetzt konnten sie ihn mal nicht unter Verschluss halten, weil vor ein paar Tagen gab es das erste Preseason-Spiel der Jaguars. Wir haben vorhin kurz draußen ein bisschen drüber gequatscht. Da gab es dann so einen Block, den er setzen sollte, der jetzt nicht so ganz tight-end-mäßig aussah. Ja, es war ein bisschen, sah sehr schulterschonend aus. Also da kriegt man eigentlich welche auf die Nase vom Coach für, wenn man so blockt, weil das nicht hart genug ist. Und einmal stand er auch noch ganz frei. Der Pass wurde zu ihm geworfen und ein Receiver, der Jaguars ist einfach vor ihn gesprungen und hat er Tayvon Austin und hat den Pass einfach abgefangen. Und den hätte Tibor sonst gefangen. Da wäre natürlich der Hype riesig gewesen, weil das sind ja so 20 Yards gewesen. Ja, aber ich glaube, das sollte man alles die Kirche im Dorf lassen. Der wird das Team, glaube ich, machen. Der wird auch eine gewisse Rolle spielen in der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es wäre irgendwie verrückt, wenn er jetzt noch mal doch noch mal durchstartet. Parallel zu Darren Waller. Ja, stell dir einfach nur diese Ekstase vor, Woche 1, Woche 2, Woche 3, egal. Letzte Minute, zwei Szenarien, entweder Trevor Lawrence passt zu Thibaut, Szenario 2, Thibaut rusht selber für den Touchdown zum Game-Winning-Touchdown oder Szenario 3, sogar erwürft Game-Winning-Touchdown. Also, die Medien wären voll davon. Der Hype, den kannst du dann gar nicht stoppen. Ich hätte nichts dagegen. Hier gibt es eine Info aus seinem Privatleben. Wie schon angesprochen, ist er seit 2020 verheiratet, nämlich mit einer ehemaligen Miss Universe. Diesen Titel hat sie im Jahr 2017 eingeheimt. Damie Lee Nell Peters heißt die Gute, falls ihr die googeln wollt oder Instagram wollt. Und ein Boulevard-Desk-Thema ist, die haben ja geheiratet am 2020, am Januar 2020. Das heißt, ihr könnt euch alle sicher sein, dass Tim Thibaut seine Jugendfreulichkeit auch erst mit 33 Jahren verloren hat. Denn er ist ja, er hat sich wirklich offen dafür ausgesprochen als Christ, dass er Jungfräulichkeit, nicht Jungfräulichkeit, Jungfräulichkeit, ja genau, Jungfräulichkeit, dass er GV vor der Ehe gar nicht gut findet und auch definitiv nicht haben wird. Und es ist wirklich ein sehr groteskes Boulevard-Thema. Da wurde er immer tatsächlich drauf rumgeritten und da wurden auch böse Scherze mit ihm gemacht. Ja, also Philip Rivers praktiziert ja sowas ähnliches, aber da geht es ja um keine Verhütung. Aber wir können uns sicher sein, auch die Amerikaner waren ja im Lockdown teilweise. Vielleicht gibt es dann doch noch. Kann er auch seine Gene weitergeben? Wusstest du, dass es im College sogar die Thibaut-Roll anscheinend gibt? Ja, habe ich gelesen. Achso, also für alle, die es nicht wissen, Tim Thibaut hatte diese Eye-Shields, die viele NFL-Spiele haben am College auch immer schon und hatte da Also dieses schwarzen, nur wer uns als Podcast hört, diese schwarzen Striche unter den Augen. Genau, oder Aufkleber unter den Augen. Und er hatte immer welche, wo so Verse standen, also Bibelferse. Da stand dann John 3, 34 oder sowas drauf. Und diese Suchbegriffe waren, nachdem diese Spiele von Thibaut waren, immer für ein paar Stunden die meistgesuchtesten Begriffe auf Google in den USA in Verbundenheit mit seinem Namen. Und Football steht ja nicht unbedingt für Verfahren und für viel Erlauben von den Spielern. Und starke Statements. Und starke Statements, genau. Und dann hat man verboten, dass Spieler Botschaften auf ihren Eye-Shields tragen oder sich generell ins Gesicht malen dürfen. Ja, absurd. Was für ein Typ, also der auch einfach früh im Rampenlicht stand. Es gab ja auch so richtige Serien über ihn und er wurde ja auch schon früh irgendwie als der kommende Superstar gehypt. Dass er es nochmal versucht, ich finde es irgendwie großartig. Und trotzdem werden auch, heißt es immer, er ist ja wie Tim Tebow. Also so viele nehmen ihn auch nicht ernst. Ja und er gilt ja auch ein bisschen als Lachfigur bei einigen in Anführungsstrichen. Ich glaube, viele kommen mit seinem sehr starken Glauben auch nicht ganz so klar. Das war ja auch immer so dieses, was die Massen gespalten hat in den USA, gerade wenn es um ihn geht. Aber was soll man vor ihm sagen? er hat auf jedem Level, was er hatte, er hat immer gesagt, das kam alles durch den Glauben, aber er hat überall Erfolg gehabt, mehr oder weniger. Aber für ihn persönlicher Erfolg. Er hat ja auch eine Karriere bei ESPN gehabt, als College Analyst und so weiter und da war er auch anerkannt und hat da auch einen Job gehabt. Also der hat immer seine Schäfchen im Trocknen gehabt und ich bin gespannt, was das Leben für ihn jetzt noch erwartet. Also erstmal bin ich auf die Saison gespannt. Du müsstest ja wirklich gehypt sein. Naja, sagen wir mal so, die Jaguars sind innerhalb eines Jahres oder so schon ein bisschen sexier geworden als vorher. Mit Gardner Minshew, mit Trevor Lawrence, jetzt noch mit Tim Tebow. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir werden es verfolgen. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Heute haben wir mal wieder zwei einzelne Menschen ein bisschen hervorgehoben. Wenn ihr, wie gesagt, wie oft gesagt, Vorschläge habt oder auch einen Spieler, einen Coach, was auch immer habt, der in euren Augen eine besondere Lebensgeschichte hat, schreibt es uns immer gern. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Lennart. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.